Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von P.T. Und zwar Part 6. Und ich bin heute so übermotiviert, weil ich vor ungefähr einer Stunde den Führerschein bestanden habe. Und zwar die praktische Prüfung. Ich war so aufgeregt, ich habe gedacht, ich sterbe. Aber dann ging es eigentlich. Okay, und wenn ich jetzt das hier schon wieder sehe von P.T. hier, dann habe ich schon wieder gar keine Lust. Ich glaube, ich mache wieder aus. Also, ciao Leute. Nee, das war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Alles gut. Alles gut. Okay. Ha. Oh, scheiße, wie laut ist der Ton eigentlich gerade, hey? Ich glaube, ich stehe im Wald, Alter. Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay. Oh, komm, schrei nicht schon wieder so rum, Alter, Gandalf. Meine Fresse, du kotzt mich schon wieder an, nein. Okay, ich glaube, ich muss zuerst weiter. Ja, gehen wir erst mal kurz weiter. So, denn ein paar von euch haben mir geholfen, wie ich weiterkomme. Und zwar der Tahiri oder irgendwie so und noch mal ein paar andere. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, dass ich weiterkomme. Ich weiß jetzt so einigermaßen, wie ich weiterkomme. Okay, dann machen wir das mal. Also. So, was hätten wir hier einmal? So, und zurück. Okay, und jetzt steht hier Hallo. Hallo. Einmal. Und jetzt dürfte hier normalerweise eine H, äh, ein L stehen. Ah! Das Baby kotzt mich jetzt schon wieder an. Okay. Oh, ha, 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 ha. Ich habe gerade die Augen zugemacht. Ich habe gerade die Augen. Das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Ich habe schon wieder Angst. Okay. Ah! Jetzt dürfte da normalerweise hell stehen. Ach, es fällt noch ein Buchstabe. Ah! Okay. Ah! Genau jetzt. Ah! 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 Normalerweise alles funktioniert haben. Okay. Hallo? Okay. Du dickes Kind. Sag mal, bist du eigentlich blind? Hey, guck mich an. Ich bin ein Mann. Ich pack deinen Penis. Okay, das war jetzt irgendwie schwul. Aber wisst ihr was? Ich bin einfach so cool. Ich hab den Führerschein. Ich hab den Führerschein. Ich hab den Führerschein. Und ich bin cool. Ich rasch gleich aus. Da 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 da. Wow. Wow. Oh fuck. Oh fuck. Hilfe! Ich verstehe nichts mehr. Wo bin ich hier? Hallo? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Alter. Ah. Ah, hier. Okay. Ich glaub, ich muss hier durchgucken, oder? Ach, du spaßt. Hä, bist du eigentlich... Okay. Oh fuck. Fuck. To students... Ooohh. OK. I got a message to all you folks out there in Radioland. Now it's time for us. Our society is rotten from the core. I'm talking about the flying upstanding folk got their wealth their cuss, got their jobs pulled out from under us. Ich glaub die ist tot. Hä? Hallo? Hallo? Oh ich hab gar keinen bock. Ich hab gar keinen bock mehr grad. Okay. Der gang ist sehr lang. Du bist schön. 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 Ich glaub das war gut. Ich glaub das war gut. Erstmal durchschnaufen. Du bist schön. Das ging jetzt echt schnell. Das ging jetzt richtig schnell. Okay. Was muss ich jetzt machen? Gehen wir einfach mal grade aus. Ich hab's vergessen. Hilfe. 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 204863 04863 04863 Hallo? Hallo? 204863 204863 204863 204863 Willkommen in Japan! Habe ich es jetzt geschafft? Ich habe keinen Plan. Können wir erstmal weiter. Oh, what the fuck! Oh, what the fuck! Oh, what the fuck! Oh, what the fuck! Ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Hey, scheiß mir in die Hose. Das ist ja richtig heftig. Hey, hallo? Hallo, hallo, hallo? Ich habe keinen Bock mehr. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Oh, fuck, Alter. Ich kann das nicht mehr weiterspielen so. Soll ich einmal voll durchrennen? Das wäre doch bestimmt lustig, oder? Oh. Ha, ha, ha! 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 Okay! Wo ist jetzt alles grün? What the fuck! Ich verstehe nichts mehr. Hallo? Hallo? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah! Ah! Ich will nicht mehr weiterspielen! Ah! Ich will nicht mehr weiterspielen! Ich will nicht mehr weiterspielen! Jetzt ist alles blau! Hä? Ich verstehe nichts mehr. Alter! Ich habe... Fuck! Hä? Also, ich habe keinen Plan, was ich jetzt machen muss. Soll ich jetzt noch weiterlaufen? Ich laufe jetzt noch einmal durch. Noch einmal. 123 0 3 1 2 3 2 4 www.s oss 朝 2 Ich glaube, das lief doch irgendwie gut, oder? Aber ich habe keinen Plan, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe so Angst. Okay, Leute. Wenn ihr wisst, wie ich jetzt weiterkomme, oder was ich überhaupt noch machen muss, oder ob das Spiel jetzt vielleicht auch schon rum ist, ich habe gerade irgendwie keinen Plan, dann schreibt es wieder in die Kommentare. Es wäre nicht so sehr nett von euch. Oh mein Gott. Okay, dann sage ich mal ciao. Und ich hoffe, der Paar hat euch gefallen. Frohe Weihnachten. Eine Hals dauert ja noch ein bisschen scheiße. Frohe Ostern. Ah, nee, halt, das war ja schon. Okay, dann weiß ich auch nicht. Frohes Hanukkah. Ciao.